Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Ich weiß jetzt, dass das nicht Soul Suspect, sondern Soul Suspect heißt, hat mir jemand gesagt. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit einem neuen Mikro am Start, vielleicht hört man das ja. Vorher hatte ich ja einfach das Mikro des G930 Headset von Logitech genommen und jetzt habe ich ein Großmembran Studio Mikrofon von Rode, das Rode NT2A habe ich jetzt. Und wir schauen mal, was sich hier verbirgt. Sammeln wir das mal. Hier gibt es Informationen. Zeitungsartikel Nummer 4. Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bis Redaktionsschluss keine Stellung zu der Ankündigung des FBI, hat sich aber wiederholt geweigert, die Tode als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas in Panik zu versetzen, das vielleicht nicht mal wahr ist, sagt SPD-Sprecherin Ingrid Larsen in einer früheren Stellungnahme zu dem Fall. Das stimmt allerdings. Man sollte nie die Bevölkerung verrückt machen, das ist immer schlecht. Was haben wir hier? Das sammeln wir da. Noch 9 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Die Waffen haben wir, glaube ich, nicht alle gefunden, leider. im Police Department. Aber wir gehen jetzt mal zum Ashland Hills Friedhof, genau. Hier brennt es so ein bisschen. So. Wir kommen dem Ganzen schon näher. Ich schaue mich bloß auch mal ein bisschen noch um, dass wir nichts übersehen. Dass wir vielleicht nichts übersehen hätten sollten dann, ne. Und diese ganzen leeren Hüllen, die hier rumschweben, lassen alle drauf schließen, dass eventuell nachher noch hier Dämonen sind. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Wenn sie keine Beziehung will, soll sie es einfach sagen. Ich meine, was ich sage, ist das so schwer zu verstehen? Hm. Was haben wir hier? Wieder ein Zeitungsartikel offenbar. Zeitungsartikel Nummer 3. Während es den Silent Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Morde völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden, aber Schüsse fehlen in keinem der Morde. Nehmen Tode durch Verbrennungen oder Erstickung zu oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden eine perverse Vorgehensweise ausübt. Mich würde jetzt von euch mal interessieren, Leute, wenn wir mal hier unseren Protagonisten ein bisschen anschauen, mich würde von euch interessieren, merkt man jetzt eine deutliche Verbesserung der Audioqualität meinerseits? Also vom Audiokommentar merkt man da was? Oder ist es jetzt nur ein bisschen besser, sodass man jetzt nicht wirklich von Verbesserung reden könnte? Das würde mich interessieren. Ich fühle mich irgendwie... beobachtet. Na, verdammt. Ja, du bist beobachtet. Oder du wirst beobachtet. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Hm. Ja, klar. Ja, die kennen wir schon alle, was die so labern, ne? Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Natürlich. Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ja, ja, ja. Wir gehen da wieder raus. Ich glaub's einfach nicht. Bist du jetzt glücklich, du Arsch? Ist es das, was du wolltest? Du hast gesagt, ich wäre die eine. Er, eine von vielen. Ich verstehe nicht, was sie an ihr findet. Sieh ihn dir an. Was für ein Schwein. Er fühlt sich nicht mal schuldig, wegen dem, was er getan hat. Wie er sie anstarrt. Da können wir jetzt auch keine Gedanken lesen, leider. Bloß mit dem Geist können wir nachher noch reden. So. Bis jetzt ergreifen. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Sonst noch was? Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, ja, ja. Ja, klar. Oh, wie lustig. Hä, hä, hä. Aber in die würde ich noch gerne reinschlüpfen, die auf der Schaukel sitzt. Können wir irgendwie nicht. Schade. So. Hier geht's zum Friedhof. Da gehen wir gleich hin. Was gibt's hier noch? Nichts. Wir gehen gleich zu dem Geist. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ja, toll. Und du? Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Ich glaube, das haben wir auch schon gehört. Ich weiß es jetzt nicht zu 100%, weil ich habe jetzt eine Aufnahmesession gehabt. Kay Douglas Familienfoto. Sie würde niemals selbstmord begehen. Sie war glücklich mit ihrem Leben. Hatte viele Freunde. Jemand muss sie das angetan haben. So muss es sein. Das sieht eklig aus. Glücklich mit ihren Leben statt mit M. Also, die Schrift ist schon ein bisschen schwer verständlich ab und zu. Ich schaue jetzt bloß mal, was hier noch so ist. Wir können ja hier glücklicherweise überall durchschreiten. Nee, 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 nee. Aber es passt schon, es passt schon. Was haben wir denn hier noch? War das nicht schon mal enthüllt? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nieder vor zum Ashland Hillsfriedhof. Und dann sprechen wir mal mit diesem Geist. Oh, das können wir natürlich auch mal machen. Ich glaube, da kann man hier hochgehen. Aber dann sprechen wir mal mit diesem Geist. Und dann sprechen wir mal mit diesem Geist. Äh, wie war das jetzt nochmal hier? So konnte man springen. Plus wo geht's? Ah, hier. Die Steuern mit der Katze ist immer mal ein bisschen krass. Ich drücke immer auf, ähm, auf, äh, Leertaste. Und dann wird der Blick so an, wie es jetzt ist ja falsch eigentlich. Ah, jetzt sammeln wir das hier noch. Wir können die Katze jetzt natürlich nicht da oben sitzen lassen, deshalb. Na, das kann eine Katze beispielsweise zum Glück. So. Dann werden wir uns mal kurz bei der Dame umhören, was sie zu sagen hat. Nachdem wir da hinten noch das gelesen haben, oder gesammelt. Plakette des Ashland Hillsfriedhofs. Der Ashland Hillsfriedhof wurde 1632 gegründet, als Teil des Kirchenfriedhofes für die neu angekommenen puritanischen Siedler der Kolonie in Maslach-Schulsetz Bay. Gewisse traumatische Ereignisse erweiterten den Friedhof erheblich. Und eines davon gab ihm seinen Namen. 1665 erkannte eine Schiffsbesatzung von Immigranten aus London, die vor der Pest flüchteten, als sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof als Ashland Hills bekannt. Ah, wegen der Asche. Okay. Mit ihr kann man immer noch nicht reden, da unten, oder? Hey. Das gibt immer so ein cooles Geräusch, wenn man da Leute durchläuft. Leider kann man die Gedanken nicht lesen. Aber jetzt reden wir mal mit ihr. Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass er noch eine andere ist. Basils. Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. Hat er sie betrogen? Antwort finden. Gebrochenes Herz. Ah, verdammt. Jetzt war ich zu langsam wieder mal. Und das ist immer mein Problem. Ich finde diese Scheißsachen dann immer nicht mehr. Äh, 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 äh. Mit E. Gebrochenes Herz. Ja, diese Neue hier. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Ich glaube, die könnten wir uns auch noch kurz anschauen, alle. Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Die Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister zu finden zu sein. Die Mutter der Zeugin wird vermisst. Die Mutter der Zeugin wird seit ein paar Tagen vermisst und hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Notiz der Mutter der Zeugin. Die Notiz sagt, die Zeugin solle das Buch zu den Glockenmorden holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche dich zu finden, bevor ich gehe. Mom. Identität des Mörders. Die Zeugin kannte den Mörder nicht. Wen kenne ich, der mich tot sehen wollen könnte? Motiv des Mörders. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum sollte sie das Ziel sein? Oder ein Ziel sein? Wie auch immer, ne? Hier haben wir auch alle gefunden. Hier auch. Vorstrafenregister. Rex hatte Baxter davon abgehalten, mich zu erpressen, um mein Vorstrafenregister gegen mich zu verwenden. Partnerschaft. Chai braucht meine Hilfe, um ihre vermisste Mutter zu finden und kann mir helfen, den Glockenmörder aufzuspüren. Hier haben wir alles. Grauenvoll Autounfall. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Gebrochenes Herz. Hier haben wir es. Es braucht keinen Detective, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte herausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Vier Hinweise brauchen wir dabei. So. Okay, wir haben da noch keinen... Ups. Wir haben da noch keinen richtigen Hinweis. Und da können wir auch nicht wirklich was rausfinden, wenn wir da... ein bisschen in der... rummachen da. Okay, aber ich glaube, wir finden die Hinweise schon hier im Umkreis so. Ja, durch Geister können wir nicht durchlaufen. So. Wo sind die Hinweise? Nach Zeit, du siehst schuldig aus. Hey Kumpel, bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier zehn Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir ne Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein... bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir's dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Ich sagte, belassen wir's dabei. Ich sagte, belassen wir's dabei. Ja, aber ich will's nicht dabei belassen, du... Sack. Da drinnen ist noch was, aber da kommen wir offenbar... Doch, ich weiß vielleicht... Wie, und zwar mit der Katze. Kommen wir vielleicht durch dieses Loch durch. Wo war die Mieze noch mal? Jetzt wartet mal kurz. Die Mieze-Katze... Die Mieze-Katze... Die Mieze-Katze... Aber sieht nicht so nach aus. Dann gehen wir zurück zum Friedhof und versuchen, sonst noch irgendwelche... Sachen rauszufinden... Auswählen... Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich rausfinden soll, wenn ich denen ihre Gedanken nicht lesen kann. Apeinflussen... Was würde sie an die Ex ihres Verlobten denken lassen? Gebrochenes Herz... Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die... Wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Selbstmord der Ex-Freundin. Anscheinend hat er seine Verlobte erst nach dem Selbstmord der Ex-Freundin kennengelernt. Da ist noch was. Eine Schulter zum Ausweinen. Sieht so aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. So, da kriegen wir nichts mehr raus. Das hier auch nicht. Dann versuchen wir mal eine Antwort zu finden. So. War nicht richtig. Ups. Dann müssen wir hier weitermachen. Zack. Und jetzt. Zack. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Schlechte Neuigkeiten. Wie sich herausgestellt hat, hat er sie nicht betrogen. Und ihr Selbstmord hat sie zusammengebracht. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Okay, dann werden wir sie mal davon in Kenntnis setzen. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht, vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Und wieder haben wir eine arme, verlorene Seele, die nichts hier vom Fleck kam, in den ewigen Frieden geführt. Jetzt schauen wir mal gerade, was noch so ist. Nein, nee, der Tankstelle. Mit dem Ansehen funktioniert es hier gar nicht. Da muss ich dann immer mit Enter draufgehen. Das ist auch komisch. Okay, aber wir haben, glaube ich, diesen Autounfall noch offen. Aber wir gehen jetzt mal zum Ashland Hillsfriedhof. Ashland Hillsfriedhof betreten. Ja, den betreten wir. Ich habe das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenis erinnern. Untertitelung des ZDF, ein Teil des ZDF, ein Team steht. Buh. Klasse. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Das war ja gerade ziemlich creepy, als wir auf einmal diese Geistertussi da gefunden haben. Da geht's nicht lang. Das stimmt. Ich wollte erst mal gucken, was passiert. Was ist, wenn wir jetzt da hingehen und auf Verlassenen? Es gibt bestimmt noch Hinweise. Genau, das stimmt. Und deshalb würde ich sagen, werden wir nach diesen schönen Ereignissen oder diesen neuen Erkenntnissen und Abschlüssen der Fälle mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt auch wieder eine Aufnahmepause machen. Ich habe jetzt nur eine Folge aufgenommen, um zu schauen, wie die wird. Ich hoffe, die ist gut geworden, auch mit der Lautstärke, weil ich nehme das direkt mit Fraps auf, auch den Audiosound, ohne das jetzt extern aufzunehmen und bearbeiten zu müssen, weil ich finde, dass das Mikrofon auch schon so eine gute Audioqualität hat. Und ja, ich hoffe, dass es euch aufgefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, wenn ihr das mir hinterlassen könntet. Ja, dann wäre ich euch doch sehr verbunden, damit ich mal erfahre, wie es euch denn so gefällt. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao.